Zum ersten Kampf rufe ich in die rote Ecke aus Darmstadt, Karim Eliassini. Karim, 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 Karim. Kar, komm her und tanz mit ihm, nur ein paar Runden und er wird euch Pans bedienen. Verjagt sein, wenn er vor dir steht, nur ein Hammer und du brauchst deine Gesichtshopee. Im Ring ist schwer, mit dem Swing im Bär, komm mit besserlichem die Quere. E, wie den Instinkt fürs Boxen, du willst dein Glück zu mozieren, komm und lass dich aus. M, wie den Meister der Klassen, der Meister des Punches, Karim bereit, heute Abend alles so breit zu schaffen. Hey, ja, 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 ja. Hier stehen die 100 kräftigen Kilo im Weg, zum Karim Eliassini, den ich zerleg. Ja, komm und schär, du wisch, wenn du dich rauskommst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ausdarmstadt im Hechten, Karim Eliassini. Sein Gegner kommt aus Kostam. Ich rufe ihn in den Ring, Enrico Boltzmann. Aus Potsdam ist 31 Jahre alt, wiegt 104,8 Kilo. Walfried Rollert aus Potsdam ist der Ringrichter und er hat dann auch mit Ulf Steinfurt und Tobias Brees vom DSF die Entscheidung in diesem Kampf. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Runde 1. Ringfrei, Runde 1. Das ist ein Knockout-Song. Are you ready? Ja, ja, ja. Karn, 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 Karn. K, komm her und tanz mit ihm. Nur ein paar Runden und er wird euch Punkts bedienen. Ah, verärzt er, wenn er vor dich steht Nur ein Hammer und du brauchst deine Gesichtshopee R, im Ring ist schwer, mit dem Swing nem Bär Komm ihm besser nicht in die Quere I, wie den Instinkt fürs Boxen Du willst dein Glück, wo wir zielen, komm und lass dich aus M, wie den Meister der Klassen Der Meister des Punches, Karin bereit, heute Abend alles zu breit zu stoppen Hey, ja, 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 ja Wir sehen hier hundertkräftige Kilo im Weg Wir sehen hier hundertkräftige Kilo im Weg Wir sehen hier hundertkräftige Kilo im Weg Wir sehen hier, wir sehen hier, wenn er dich zählen Ja, komm uns her, du wischst, wenn du dich raus Wir sehen hier, wenn du dich raus Wir sehen hier, wenn du dich raus Wir sehen hier, wenn du dich raus Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Oh my god, what a fantastic fight folks. Never have I seen so much fury in one fighter in all my life. I'm wondering if his opponent is still breathing. With his wonderful flows, he knocked him down cold to the ground in the first seconds of the second round.